So, oh, nicht zu weit laufen. So, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit Samuel Drake. Ich wollte euch etwas Zeit verschaffen für den Fall, dass ihr mich da rausholen wolltet. Coole Socke. Natürlich wollten wir das. Im Ernst, danke. Ich dachte schon, das war's. Das hätte ich nicht zugelassen. Dein Bruder hätte mir vielleicht was erzählt. Nate! So, dann wollen wir mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Weg. Gehen wir doch mal da lang. Ah, ich kann keine Waffe aktuell ziehen, ist aber auch nicht weiter dramatisch. Das sieht wieder nach so einer kleinen Rutschpartie aus. Na, gucken wir mal. Schön, wieder mit der Jeans. Irgendwie hänge ich da. Okay. Schön mit der nassen Jeans. Hier Spurzinn legen, das kommt gut, das reibt überhaupt nicht. Was haben wir denn da? Okay. Ja, das sieht aus wie der einzig mögliche Weg. Ich weiß noch, als sie die Playstation 1 rausgebracht haben mit den ersten Analog-Controllern. Das war schon geil. Genauso wie auf dem N64, wo man damit wirklich die Geschwindigkeit, dementsprechend wie feste man gedrückt hat, steuern konnte. Das war richtig cool. Genau quetschig da durch, Mädel. Ich hab's gehört und auch gesehen, ein Hubschrappschrapp. Bitte nicht zutraulich werden. Würde mir nie einfallen. Ey, huu. So, wo lang müssen wir denn hier? Da. Sehr gut. Das freut mich doch. Wahrscheinlich bei deinen Arbeitskolleginnen, ne? Ey, ist das ein Gentleman. Sam Drake. So. Ähm, ja. 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 Alles gut. Okay. Jetzt erstmal hier rüber schwingen. Lass ihn schwingen. Ja, sehr schön. Sehr ordentlich. So. Hey. Wo ist Sam? Ich glaube, er hat keinen Fall. Ah, ja. Hat euch vergessen. Ähm. Ah, da ist offen. Da kommt man doch bestimmt durch, ne? Sehr gut. Ah, dann klettern wir mal ein bisschen. Können wir uns schon mal dran gewöhnen. Assassin's Creed ist auch immer klettern. Neubestückung. Neubestückung. Ah, 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 ah. Sam! Wo bist du? Ich komme! Hey, T-Aus! Drück! Kleiner Umweg. Kommst du? Äh, würde ich, aber die Brücke hier ist leicht bauffällig. Dann spring! Hey! Damit könnte es gehen. Genau, drück. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. Ja, helft doch mal. Ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt. Nur nur sieben. Ei, 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 ei. Sam ist abgestürzt. Das ist aber schlecht. Kleiner Umweg. Kommst du? Äh, würde ich, aber die Brücke hier ist leicht bauffällig. Hey, damit könnte es gehen. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. Na komm, Sam. Wird schon schief gehen. Boah, ich kann es nicht mehr halten. Boah. Hat der sich auf die Presse gelegt. Na, alles heil? Oh je. Ja. Auf geht's. Na los. Wir sitzen hier auf dem Präsident. Attacke Bonanza. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn sie da ist. Jetzt mal schnell hier weggehen, weil meistens schmeißen die da irgendwas runter. Man kennt es ja. Ist da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Das sollte gehen. Ein Rohr. Ha, cool. Ich hab's. Kommt hoch. Nur zu, Sam. Alter vor Schönheit. Ach, zu liebenswürdig. Nein. Sie hat nur Angst, dass ich das umstoße und dich da zurücklasse. Äh, dann gehe ich von jetzt an lieber zuerst. So. Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, naja. Sei netter. Sam, siehst du, wo es weitergeht? Niemand nimmt. Wir brauchen eure Enterhaken. Okidoki. Bin unterwegs. Hey. Andere Richtung. So. Ich bin etwas heikel hier. Ja, das war so klar. Wils. Sam, bist du okay? Ja. Gut, ich leih mir einfach nen Diensthaken und... Ich hab ne bessere Idee. Ich muss nicht bewegen. Nicht doch, ey! Ich sollte nicht bewegen. Nicht zu fassen. Au, au, au! Auch du, Chloe. Danke fürs Spänen, Sam. Ja, ja. Aber lasst mir bitte das Seil da. Ach da. Hey! Na komm! Na komm! Sie geht offenbar vor. Geh du doch vor und lass mir das Seil da. Alles klar. Oh, da muss ich mal eben... Bring dir nichts. Meine Frau hat offensichtlich ihren Schlüssel vergessen. Ich werde mal eben kurz runtergehen. Ich mach euch aber ein bisschen Musik. Undrum So, sorry für die Unterbrechung. Aber ich kann ja das kleine Mädel nicht draußen stehen lassen. Na, sehr schön. Na gut, das sind nicht viele. Wir können... Halt! Dieser Aschert macht keine halben Sachen. Das wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Showline. Was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Nadine mit Showline. Ist okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also aufgepasst, Ladies. Wir machen es so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach... Shit. Scheiße, ich habe keine Waffe. So geht das. Schöne mal nachladen hier. Ich vergesse immer das Nachladen. Wo ist denn da noch jemand? Scheiße. Da kommen noch mehr. Na, das kann ja eiter werden. Na, das kann ja eiter werden. Habt ihr den Deck? In der Mitte! Na, komm her. Show me your face. Scheiße! Jetzt aber Ruhe, Jungs hier. Kommt ihr hier einfach lang? Na, komm! Na, komm! Sehr gut! Zack! Ja. Die beiden Mädels müssen mal lochen, weißt du? Und der Sam lehnt sich ganz entspannt zurück. Was den Arsch. Jetzt kriegt sie bestimmt ein paar vor die Mütze. Ich sag's doch. Fraser. Die Chloe. Die Chloe. Heide Mitsuka. Hui. Mein Gott. Ist das athletisch hier. Offensichtlich Oh, schön Fütter machen, Fotoknips Kleines Fotoknips machen Sehr gut So Klar Mein Gott, das geht aus dem Rücken Hoch mit dir Ich versuch's Das klingt aber nicht gut Ich tu mein Bestes Oh, scheiße Mann, das sah so stabil aus Danke, zwei Gut gemacht Ja, nicht schlecht Wo es doch ihre Idee war So Schieb Ich denke mal, wir werden damit jetzt die Mauer einrammen müssen Soweit hab ich das noch in Erinnerung So Dann müssen wir hier die Weiche umlegen Na dann Frauenpower So Und jetzt Haltet eure Lockenwickler fest Sam, geh aus dem Weg Sonst gibt's ne Beule Ich glaub, das könnte echt funktionieren Du könntest ja auch helfen Wenn du wolltest Ey, lass mal hier zur Schaffung Oh, shit Was ist Roms Das hab ich nicht erwartet Seid ihr okay? Ja Ich hab sowas erwartet Ja, aber damit kommen wir wohl nicht mehr rauf Ja, aber vielleicht kommen wir irgendwie hindurch Nein Bringt nichts Hier ist alles dicht Ah, toll Bisschen hoch Sam Du kommst doch ganz bestimmt an die Leiter ran Komm schon Räuberleiter Ich helfe dir Je mehr, desto besser Klar, das 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 macht mir gar nichts aus Wir warten nur auf dich Echt Er lässt sich von zwei Mädels da hochkriegen Oh, shit Sorry Fitzori Gib mal mal was Sind da oben zufällig irgendwelche Leitern, Sam? Was zu trinken nach Schinken? Ich hab nach dem Sport wieder viel zu wenig getrunken Was? Ja, naja Ich hätte nicht erwartet, dass Sam Drake wieder in mein Leben tritt Weißt du Ich war mir auch nicht sicher, ob ich dir trauen kann Musste dich etwas auf die Probe stellen Hm Zum Beispiel mich zwei Stunden in der Kriegszone warten zu lassen? Das war schon eine Geduldsprobe Also In dem Fall hab ich mich echt nur verspätet Auf dem Markt war so ein kleines Mädchen, das mir ein Tuch verkauft hat Hat sich einfach nicht abschütteln lassen Es glaubt, wird selig Nein, das war echt Hey, geht ihr zurück zu den Schienen Ich hab hier was, das könnte klappen Yep, wir kommen Okay, Sam Was hast du entdeckt? Ich habe eine Kiste entdeckt Das war ja klar Hier, ich schieb sie runter Warte Hier allein ist nicht hoch genug Oh, stimmt, hast recht Ähm Wir schieben den Wagen rüber Na bitte, hast du ganz schön Kessel rüber Eine was? Na, rüber halt dein Kuck, deine grauen Zellen Ach, klang's aber gar nicht Los, zieh Das ist mein Kompliment, verdammt Dann müssen wir nochmal den Nochmal die Weiche umstellen So, dann stellen wir nochmal die Weiche zurück Klack Den Manto Und du alleine da oben machst das auch sehr gut Okay, bereit Ich bin bereit Sehr gut Perfekt Dann los Achso Miss Ross Richtig so So, dann denke ich, dass es hier weiter geht La, 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 la So, rauf da Sehr gut Im Seilclub Schön Schwung holen Oh Sehr gut Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir da reinkommen Okay Häpp Häpp Sehr gut Alles okay Na los Hier, ich hab dein Seil Danke Na großartig, das wird ja immer besser Ach Gott Das heißt, Männern und Schorlein müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein Moment Was ist in der Kiste? Waffen Munition vielleicht Vielleicht Ich dachte, Schorlein handelt nicht mit Waffen Wir Aha Sie Tun das auch nicht Vergesst die Kiste Wo ist der Stoßzahn? Also da ist der Surf Mit Orca Wer? Meine ehemalige Leutnant Ich erinnere mich an dich Ein Lieutenant Ja, da ist er mit seiner schicken Fokuhila Stimmt Sie hat's kapiert Okay Die Sache ist gelaufen Dein Freund Orca hat den Stoßzahn Aber nicht mehr lange Hey, wo, 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 stopp Wir brauchen Planleute Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer Bleib locker Dann lebst du länger Ich bin so stolz Was passiert hier? Was passiert hier? Ach Gott, jetzt müssen wir Ah, ich weiß noch Das war echt Nicht schön Ich weiß noch, da bin ich das erste Mal so richtig oft gestorben Ich muss erst mal hier durchsneaken Und schauen, dass ich eine Bummsträchtigere Waffe finde Ein bisschen mehr Feuerkraft Weil ich weiß noch Ich brauch irgendwie eine Granate Oder sowas Hau ab Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir eine vernünftige Waffe herkriegen Sehr gut So Nichts Da oben steht auch noch einer Wir müssen irgendwie an eine bessere Waffe kommen Komm, dreh dich um Hau ab Ja Okay. Okay. jetzt wird aber ganz schön eng hier oh chloe scheiße Nein, nicht. So. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wir lassen ihn erstmal sich leer schießen, dann können wir nämlich anschließend gucken, dass wir uns nochmal die dritte Panzerfaust holen. Lass ihn sich leer schießen. Ehh... meinst du, dass sie sicher? Natürlich nicht! Dann los! Das bringt mein letztes Gebets. Wo ist der Dreckshubschrauber? Da oben. Wir sind doch nicht aus dem Schneider! Wir könnten das nicht getan zu haben! Wir müssen die Dreckshubschraubern! die seile am helikopter festmachen, wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist völlig fairer. Ich versuch's. Ich kümmere mich um die Säule, da ihr zwei holt den Stoßzahn. Wird schon schief gehen. Heilige Scheiße. Boah. Los zur Tür. Schneller. Auf geht's. Und los geht's. Oh hi. Schau drauf. Hey, der Bipschka. Wow. Oh je. Nicht. Oh man. Ähm. Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erst mal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süßer. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Ah. Bitte. Bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis, oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomm ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein? Ne. Denkst du wirklich? Ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht. Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn. Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Sam! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Er lag gerade so gemütlich. Ah ja, was sich liebt, das neckt sich, ne? Sie ist als Service-Pauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herrgott. Ist da eine Bombe? Ja. Was? Oh mein Gott. Ich weiß noch, ich bin da sehr oft gestorben. Ich bin da ausgetauscht. Gegen eine Bombe. In diesem Hubschrauber-Gefecht. Feuerwerk. Hm. Das ist groß. Ja. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Das ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Jetzt, Sam. Ich. Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Natürlich. Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich... Ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße. Ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Doch. Das hast du selbst gesagt. Er ist es geworden. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden und... Das ist nicht unser Kampf. Sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Oh, was ist denn mit der los? Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf. Okay? Für alle Fälle, ja? Oh je. Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus. Nein. Ich sitz vorne. Oh. Kommst du doch mit? Gut. Ich sitz vorne. Ich sitz hinten. Richtig so. Was? Ist was? Was?